Hallo, ich bin die Annette und habe das Riesenglück, dass ich mit ganz viel Spaß hier im Fuchsbau arbeiten darf. Hallo, ich bin Lisa und der Fuchsbau bedeutet für mich viele nette Begegnungen und tolles Arbeiten im Team. Hallo, ich bin die Annalena und arbeite im Café Fuchsbau, weil es mir Spaß macht. Ich bin die Friederike, ich arbeite hier, weil es mir sehr viel Spaß macht und es einfach eine tolle Umgebung ist, um zu arbeiten. Mein Name ist Karin Arschwager, ich bin hier die Betriebsleiter im Fuchsbau und ich hoffe, dass unsere Gäste sich hier so wohlfühlen wie wir und unser Service. Also ich komme gerne hierher in den Fuchsbau, das Frühstück ist super lecker und ich darf meinen Hund mitnehmen. Also wir kommen daher, weil es hier recht gemütlich ist und heimlich. Wir fühlen uns hier unheimlich wohl, es ist alles so geschmackvoll, so heimlich. Ich mag den Fuchsbau, weil das Frühstück hier sehr lecker ist. Ich mag den Fuchsbau, weil das Frühstück hier sehr lecker ist.